Hier noch 1,5 Schrauben Strecksalto. Wie gesagt, sie turnte nicht jetzt für Schwierigkeiten, die sie bei der DM oder auch bei der EM dieses Jahr gezeigt hat. Doppelschraube. Aber eben schön zu sehen bei Emma, dass sie immer lacht während ihrer Übung und nicht Spaß hat. Und es ist einfach wirklich gut. Schraube. Wie gesagt, abgespeckt ist noch dran. Wie gesagt, kann sie jetzt jedenfalls weiter zu der Schwierigkeit. Schöne Übung auf jeden Fall. Gucke ich immer sehr gerne an.